Wie geht es mir wohl, nachdem so ein feiger Wurm schuld ist daran, dass ich komplett entstellt werde vor der gesamten Zuschauerschaft der WXW? Ich will Fayaz und das ist alles, was ich will! Ey, Vincent! Vincent! Bitte! Fayaz hat absolut nichts verloren gehabt in eurem Match. Es war absolut falsch, dass er da eingegriffen hat. Aber ich möchte dir trotzdem sehr entschlossen sagen, du wirst Fayaz nicht anpacken. Du wirst Fayaz nicht in die Finger bekommen, ganz einfach, weil Fayaz kein Wrestler bei WXW ist. Er ist kein Mitglied des Rosters. Gut, gut! Er ist ein WXW-Mitarbeiter und du wirst dich bitte nicht an WXW-Mitarbeitern vergreifen, auch wenn sie Fehler gemacht haben. Auch wenn man den Fehler vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann nach dem, was ich mit ihm gemacht habe. Bitte appelliere ich an den Funken Vernunft, der hoffentlich noch irgendwo in dir schlummert. Du willst die Strafe seitens der WXW sicher nicht in Kauf nehmen. Bitte muss ich genauso weitermachen, wie ich angefangen habe, jeden einzelnen dem Bär-Erdboden gleich zu machen, bis ihr keine andere Wahl mehr habt, als mir Fayaz vor die Füße zu legen! Nja!